Hallo zusammen, ich bin ESA-Astronaut Alexander Gerst. Zurzeit befinde ich mich auf der Internationalen Raumstation und heute stelle ich euch das Experiment PK4 vor, das sich direkt hinter mir in einem unserer Laborschränke eingebaut befindet. Es ist das neueste Experiment in einer Serie von erfolgreichen Plasmakristall-Experimenten hier auf der Raumstation. Neben fest, flüssig und gasförmig kann Materie in einem vierten Aggregatszustand vorkommen, als Plasma. So etwas findet man im Alltag zum Beispiel in Neonröhren oder in Kerzenflammen. Werden einem Plasma Staubteilchen hinzugefügt, dann laden sich diese statisch auf und bilden einen Plasmakristall. Durch die Schwerelosigkeit hier auf der Raumstation lassen sich sehr viel komplexere Kristalle bilden als auf der Erde. Mit Hilfe einer speziellen Videokamera wird die Kristallbildung aufgezeichnet und danach am Boden von Wissenschaftlern analysiert. Die aktuellen Tests sollen die Bildung von Teilchenketten sowie die Mischung verschiedener Teilchen in Plasmakristallen untersuchen. Die Erkenntnisse darüber können dann auf grundlegende physikalische Vorgänge übertragen werden, wie zum Beispiel auf das Schmelzen von Kristallen oder auf das Verdampfen von Flüssigkeiten. Viele Grüße und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017